Hallo und herzlich willkommen in Luxemburg. Es ist 11 Uhr, es ist Midsummer Tourist-Season und hinter mir ist die Stadt-Sylcing-Bus aus Luxemburg. Schauen wir uns mal. So, wir sitzen heute um den Bus, und es gibt wirklich viele Leute aus den unterschiedlichsten Kulturen. Und wir freuen uns immer, was Ihnen heute in Luxemburg so gefällt und für was Sie überhaupt diesen Tour-Mod machen. Ja, weil man wahrscheinlich so auf den kürzesten Weg mal einen Einblick von Luxemburg bekommt, von der Stadt. Wir haben heute Morgen versucht, zu gehen. Es funktioniert also, wir wollen ein bisschen von Luxemburg generell sehen. Und dann können wir Touristen-Tourist-Tourist-Tourist-Tourist-Tourist-Tourist-Tourist-Tourist-Tourist-Tourist-Tourist-Tourist-Tourist. Also, das ist eine generelle impression von Luxemburg. Und wir denken, dass dieses Bus ist die beste Weg zu machen. Weil, ohne mich zu kämpfen, für eine bestimmte Ort, da ich mir sicher sicher, dass dieses Bus will mich aus den All-Dietourist-Tourist-Tourist-Tourist-Tourist, welches ich eigentlich auch für alle anderen Städte aus. Und die Flexibilität von hop-on hop-off, das ist ein tolles Ding. Ich kann nur mit einem Tag ein Tag mit einem Ticket machen. Das sind die Hauptsgründe. Warum hast du diese Bus-Trip gewählt? Um die meisten zu sehen. Ja, um die Seiten zu sehen und zu viel Spaß zu sehen. Ja, um alles zu sehen natürlich. Wenn man passieren muss, wenn man laufen muss, dann ist es sehr weit und so können wir alles sehen und hören natürlich auch. Sie hören ja hier mit, die historischen Fakten, ist das interessant? Das ist in Ordnung, ja. So kriegt man mehr mit. Das war heute vom Citysholzing aus der Stadt Lützeburg. Mir hat es natürlich gefallen, aber ja, da kann ich gerne selber angucken.